Willkommen bei der Blechemballagenfabrik AG in Neffels, rund 60 Kilometer von der Stadt Zürich entfernt. Das Familienunternehmen produziert seit fast 60 Jahren auf dem Gebiet der Weißblechverpackungen und der allgemeinen Blechbearbeitung. Bei den Verpackungen hat sich die Blechemballagenfabrik AG auf Dosen für Schweißelektroden spezialisiert. Damit beliefert sie namhafte Elektrodenhersteller in ganz Europa und ist somit international wettbewerbsfähig geworden. Das Herzstück der allgemeinen Blechbearbeitung ist einerseits in einer Laserschneideanlage und andererseits einem CNC-Standcenter zu finden. Darüber hinaus verfügt die Blechemballagenfabrik AG über einen umfassenden Maschinenpark. Wir produzieren zusätzlich Lüftungsartikel in verschiedenen Ausführungen und Durchmessern sowie Duschrinnen für sanitäre Anlagen. Wir sind in der Lage, Klein- und Großserien zu fertigen. Gerne arbeiten wir mit unseren Kunden bereits in der Entwicklungsphase zusammen und stellen unsere Erfahrungen zur Verfügung.